ja manche wir hatten hier echtes Glück dass wir so eine Erde gefunden haben so erdähnlich aber es gibt halt auch Planeten die sind richtig krank ich war mal auf einem der war lila mit grünem Wasser das giftig war und ähm ja das war sehr spaßig nur leider ähm bisschen giftig und noch was warte mal da war noch was ja da war doch noch was da war irgendwas mieses ach ja genau es gab keine Bäume es gab nur Tentakel das war nicht so cool ich lege gerade mal unsere Gartenhalle an ein bisschen und dann auch wieder Bäume pflanzen noch nicht ich nehme an das wird später hinzugefügt deswegen gehen wir nicht auf unserem eigenen Planeten Bäume fällen ich komm nicht mehr raus ich bin gefangen ich glaub ich bau wieder so ein Deck wie beim Löwe Ja, oder, ähm, wir könnten drüben das Stroh holen und Strohdach bauen. Ich weiß nicht, ich finde das Stroh gar nicht so hübsch. Okay, dann hat er... Nur meine Meinung. Du musst immer nach deiner Nase gehen. Nö, nö, nö. Nein, Spaß. Äh. Wir könnten natürlich dann natürlich auch die, natürlich, die, natürlich Erde, natürlich, äh, bebauen. Natürlich. Was? Alles natürlich. Wie bitte? Alles natürlich. Zimple, zimple. So. Jetzt habe ich keine Erde mehr, super. Okay. 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 Ich glaube, das ist voll rein. Oh, mein Genick. Oh, furcht, furchtbar. Immer dieses Mistwetter. Ja, 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 ja. Auf dem Planeten kriegen wir bestimmt Rheuma. Wie damals auf Katapedelon. Was, was, was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich habe den Planeten nicht so genannt. Was? Du sprichst. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein. Hahaha. So. Oh. Oh. Man baut in diesem Spiel überraschend schnell. Oh. Finde ich. Ja, Leute, ich bin gerade am Wachsen. Ja, Leute, ich bin gerade am Wachsen. Stehst du im Wasser oder wie? Nein. Ich höre die Kampfmusik. Kämpfst du? Äh. 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 Du, Kampftest. Ja, ich Kampftette-Test. Ja, ich Kampftette-Test. Ja, ich Kampftette-Test. Das ist, das ist, das ist beautiful. Das muss man einfach sagen. Ich bin einfach ein, ein Virtuose mit den, mit der Spitzhacke. Ja. Ja, ich Kampftette. Nexfie. Ah. Nexfie. Ja. Jetzt muss ich doch hoch. Weißt du übrigens, ähm, wofür Climbing-Rope gut ist? Ja, Tom. Ja, wie muss, aber wie muss man das verstehen? Oh, du hast die Sachen abgebaut. Ja, ich bin immer schräg. Ein schräges Haus. ja nur vor allem kappt im zähl moment 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 fenster Ja, ja, nein, Moment. Na, da ist... Ja, 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 ja. Copystone Brick. Ja, nochmal zwei... Ja, nochmal 100. Machen wir. Weiß nicht, wie geht's bei dir voran? Ach, ich... Das ist natürlich ein großer Fortschritt in dem Spiel. Du kannst auch immer gerne fragen. Wir sind die Letzten, die sagen, pfff, nein, mach selbst. Wir haben es auch selbst rausgefunden. Äh... Obwohl, ja... Obwohl, ja... Gutes meiste eigentlich haben wir... Vieles haben wir selbst rausgefunden. Und das meiste haben wir rausgefunden, wo wir es lesen können. Nachlesen können. Und das haben wir aber selbst gemacht. Also... Ja, wenn du meinst. Ich auch. Ich verstehe die Logik nicht ganz. Hey! Oh, ich bin... Ich bin so awesome. Alter, mich zerfickt gerade die ganze Zeit. Gibt's doch nicht. Alter, mich zerfickt gerade die ganze Zeit. Jetzt weiß ich, warum ich das ausbauen durfte. Mal gucken, wie breit sind denn die. Eins... Soll ich's übrigens mit blauer... Hahahaha! Oh, das wär cool. Okay. Okay. Ähm... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh, meine Frust ist ja perfekt. Ich bin großartig. Muss man einfach mal wieder sagen. Sie? So... Zup! Zip! Zup! Zup! So... Und jetzt als Hintergrund. und und die Fackel auf die Höhne na ist so oh nein ist weiter da ist zu hoch aber ja perfekt so wärst du so gut und würdest mit den Bohnen und so was ach nein warte ich muss eh hoch leg ihn mal in der Kiste Moment ähm wasi wir müssen demnächst wieder ein Lager bauen wir haben genug Kisten ok ich bin dabei ok hä ja unser Minecraft Lager ich glaub das letzte Tier hab ich wegen Überlänge irgendwann nicht mehr hochgeladen oh oh das mit der blauen Erde sieht wirklich ganz nett aus das sieht aus wie so ein Dachdorf so ein Dachstoff 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 ich brauche eine Haue ein blauen Buu Dachstoff 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 See Oh Iron Lantern Torch und Iron Bar was brauchen wir für ein anvil oh das braucht gar nicht so viel komm, komm runter, komm runter der kann keine Blöcke kaputt machen, oder? komm nicht warte, ich warte doch mal jetzt hast du ihn weggelockt so ist denn auch die Sache mit den Ecken ja, aber du, er ist gerade oh warte dann ich leg's dir da rein wo ist denn meine blaue Erde? hier mal sehen, Zybil so ach so, das ist zweihändig das Ding so, das ist doch schon mal viel einladender jetzt Moment, hier kommt Weizen hin Weizen, 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 Weizen also soviel zu dem Anfängerfehler man sollte nicht ähm am Anfang zu viel farmen ich mein kann nicht zu viel zibbel, 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 zibbel oh, das war's so, wie viele Samen haben wir noch? ähm, Tomaten haben wir noch ich tue mal alle Samen hier unten hin kann man Pilze anpflanzen? nein dann haben wir Botbulbs und Sugarcane ich glaube sonst ich übersehe wahrscheinlich wieder irgendwelches ah, hier, deine deine Bambus äh, Bonebus-Samen Knochen, noch ein Bus Knochenbus-Samen ja oh, Samu, du müsstest auch noch Samen haben überverschienen weh ja, was hab ich mir fast gedacht zwei ich komm dann gleich mal vier oh ja, lass die Zeit sechs oh, halt, shit, ist einfach ein Denkfehler eins zwei drei vier fünf sechs äh, diese Zählerei hat nämlich auch wieder an Minecraft aber da auch immer zählt äh, sieben aha wie? ja, ganz vorne bitte jetzt hab ich mich verzählt, super ich hab nochmal welche eins nein, nicht du ja drei vier fünf sechs sieben was hast du noch? ach, die? perfekt kannst du mit dir herwerfen, auf Kuh geht das danke Feather Crown Seeds ich pflanze die dann, ich glaube, die sind aber für uns giftig, die kannst nur du essen probieren wir es auch bin ich mir nicht sicher ja, probieren wir es aus jetzt sollt ihr doch eine Spitzsacke craften wäre vielleicht ganz sozial von mir ach, ich komm gerade mit diesem was auch immer nur Science auf zurecht diesen, keine Ahnung, was das sein soll das war schon von Anfang an hat sonst haben wir auch bauen das war schon von Anfang an hat ja, die ach, mit Material Manipulator Meta Manipulator ach, genau, manipuliert hab ich dir das war oh nein, sag mir nicht, was uns das hab ich dir das war oh nein, sag mir nicht, was uns das sooo dass jetzt zwar Eisen im Boden, aber ach schock, das kommt ja gar nicht dahin Habe ich denn Holz eingesangt? Ja Du kriegst es Oh mein Gott, too deep! Teert und federt ihn Was für Holz, was? Ein ganz normales Holz? Ja, unverarbeitetes Ok, was hab ich denn? Wahnsinn, die Viecher blöd Mit Kuh Dankeschön Bitte Wie kocht man denn Fleisch? Wie kocht man denn Fleisch? Äh, wenn du dir ein Feuer baust Du kannst auf C drücken, dann siehst du alles, was du machen kannst Und wenn du dich von Crafting Table stellst, kannst du sogar noch mehr machen, wie in Minecraft Ich bin übrigens dafür, dass wir diesen Planeten Bob nennen Ja Wie in, ähm, Titan AE Ok Ja Sag mal, bist du dafür? Ja Yeah Bob ist der beste Name für einen Planeten, den es gibt Mindestens Mindestens Wenn nicht sogar Sally Bob und Sally Bob und Sally sind die besten Planetennamen überhaupt Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen Wo ist denn die Feather Crown, da? So So, was brauchen wir denn noch? Ähm, ähm, Boneboo ist sehr nahhaft, ich würde sagen, den pflanze ich jetzt mal als nächstes an So Haben wir eh nur 3 Oh, ich bezweifle, dass da nochmal ein Feld dran passt Dann mach ich das hier jetzt einfach zu Zup Äh, da da Hier Ach, da ist noch Eisen im Boden Darum sagt mir das wieder Da ist Eisen im Boden Das ist ja furchtbar Gar nicht Wofür bezahl ich dich eigentlich? Gar nicht Oh ja, da siehst du mal, wie das ja verdient Oh, ich gar nicht Moment, was Oh, ich gar nicht Ha, das ist tückisch Warte, wie hoch ist das? Eins Zwei Drei Drei Vier Fünf Sieben Sieben Plus eins für die Decke Okay Ja Wär vielleicht ganz schlau gewesen Wär vielleicht ganz schlau gewesen So, das sind unsere Untergrundfelder Hier das sind äh Das ist Weizen Hier das sind Eggshots Und hier ist Boneboo Das Das Ja, das ist Knochenbambus So gesehen Oh Ah, das war zu weit Nissen Ja Es ist besser als Jagen Weil Jagen braucht echt viel Obwohl es braucht eigentlich beides relativ viel Zeit So gesehen Man kann jetzt nicht so sagen, dass eine Sache besser wäre Mann, Wazi, sammle nicht die ganze Zeit mit mir Zeug ein Echt? Sorry Ja Ey, ne, ich hab doch gar nichts an dir Oh, ich hab's genau gesehen Cobblestone, nein, Cobblestone, den hab ich vorhin geformt Ich hab nichts an dir Echt? Guck mal, das zweite Indy Ich hab nichts an dir Echt? Guck mal Ich hab neun Blauen Dreck Ich hab neun Möchte ich wiederhaben Den hab ich aber von dem Von dem anderem verleten, ne? Das möchte ich trotzdem wiederhaben Nein Und Wurkenblanks, mehr hab ich nicht Ich dachte, du hast mir so ne komische Stufe mitgenommen Achso, oh, ja, oben in dem Inventar Ist ne Stufe Auf die achte ich schon gar nicht mehr Oh Auf die achte ich schon gar nicht mehr Ja, das geht uns aber immer noch so Bis ein bisschen Mit Kuh Ja Dankeschön Geh in der Tür Wenn Monster schlagen Geh Damit wir was zum Essen haben Nicht, weil ich's grad als Quest machen muss Okay Nur damit wir Essen haben Nur damit wir Essen Das Spiel ist manchmal leicht unlogisch, ja Nur leicht Nur leicht Zoppel, zoppel, zoppel Fabian Was passiert eigentlich in dem Spiel, wenn man stirbt? Was passiert eigentlich in dem Spiel, wenn man stirbt? Was passiert eigentlich in dem Spiel, wenn man stirbt? Äh, je nach Rasse unterschiedlich Du wirst, so gesehen, als genetisch repliziertes Ei wiedergeboren Also gut Ja, genau Ich werd neu gebaut und, ähm, er wächst neu Äh Er schießt Für euch gar nicht Für euch gar nicht Ich hab zwei Fleisch Das würde ich jetzt auch sagen Ich hab zwei Fleisch Oh, I can't, I can't take it much longer Fuh Dann bin ich nie wieder verhungern Bei Fleisch Danke Ihnen zwei Danke Ihnen zwei Das ist natürlich Eine neue Weltordnung Mit zwei Fleisch Das ist mir nur noch krass Äh Das ist mir nur noch krass Artefleisch Ich will Fleisch braten Artefleisch Ich will Fleisch braten Artefleisch Spricht wie einer aus meiner He he Spricht wie einer aus meiner He 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 Jetzt haben wir zwei gekauft, ne, Fleck? Immer diese Carnivoren, die Fleisch haben wollen Fleisch ist cool He 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 sagte sagt der richtige fleisch ist auch cool nur es hat schwer anzugreifen schwerer als an er der losfallen sagt der richtige 1 2 3 5 6 7 wie verhält sich die lebensregeneration in dem spiel wir haben gar nicht du musst entweder um schlafen oder bandagen benutzen ich habe ein paar wenn du welche brauchst ja interessanterweise hast du die es animation und das geräusch dazu wenn du eine bandage reinpfefferst nein das der witz ist du hast hunger und leben das ist unabhängig voneinander das ist ein bisschen fies gemacht 3 4 5 6 7 8 8 9 oh die fackel war ja perfekt platziert nur leider zu früh sie war ihre zeit voraus die arme fackel 8 8 8 9 8 8 9 9 9 9 10 10 Ach, scheiß drauf. Zubbel, zubbel, zubbel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, da, 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 da. Sechs, sieben, acht und neun. Parfait. Ich glaube, es sind leider keine Stonebricks mehr. Das ist ja nebensächlich, so. Jetzt kommen hier lecker schmecker Tomaten hin. Übrigens habe ich festgestellt, wenn man Shift drückt, dann läuft man und rennt nicht. Ah, okay. Wow, oh Gott. Oh, da bin ich erschrocken. Ich habe vergessen, dass ich noch diesen Turbo Boost habe. Habe ich gerade ein Stück vorteleportiert. Na, muss ich noch üben. Samu, falls du ne kaputte Spitzhage haben möchtest, kann ich dir eine geben. Sie ist, ähm, also sie gehen nie ganz kaputt, aber sie ist in dem Fall langsamer als ne, ne ganze. Aber das macht es immer noch doppelt so schnell als dein Material Manipulator. Ja, das ist die Zeit. Ich könnte auch gleich eine neue machen, das wäre vielleicht sogar sozialer. So, hier kommen Tomaten hin. Eine Tomate. Zwei Tomaten. Oh, wir haben noch zwei Tomatensamen, okay. Das, dann halt so. Einmal Zuckerrohr. Zweimal Zuckerrohr. Dreimal Zuckerrohr. Oh, was sehe ich denn jetzt an? Die Botbulbs oder? Wenn man macht das... Die Botbulbs von hier und die Feathergrounds von da und dann... Da muss einfach nur mal in die Richtung was. Neun geteilt durch drei ist drei. Warte, die Rechnung ist scheiße. Was, was tust du? Achso. Den üblichen Mist. Dachte schon. Ah, den üblichen Mist. Sehr schön, sehr schön. Warte, ich hab neun Doppelblöcke. Das heißt, ich habe 18... 18, das heißt 6. Stimmt, das ist ja 6. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und die Säule. Ich hatte... Du wirst jetzt nicht gleich alles ausbauen können, wenn du schon da warst, ne? Naja, das wollte ich jetzt auch behaupten. Das wollte ich jetzt auch behaupten. Zapp, 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 zapp. Ups, das war zu viel. So, Moment. Moment. Wir werden immer leiser, merke ich gerade. Ja, das ist... Da muss man was tun. Ja, das ist ja furchtbar. Das ist... Nochmal zur Let's Play-Beratung. Das ist schon fast illegal, wie ruhig wir hier sind. Ja, das... Das können wir ja gar nicht mehr hochladen. Mit welchem Recht monetarisiere ich das denn als Spaß? Ich monetarisiere es natürlich nicht. Bei der Abonnentenzahl ja auch nicht besonders helle. Boah, ganz kurz nicht. 40. 40. 40. 40. Jetzt fühle ich mich hier von dem Arsch. Das muss ich schon sagen. Motion hier, würde ich mal sagen. Ich meine, bauen kann ich nicht, spielen kann ich nicht. Ich kann mich nicht also irgendwas möglicher machen. Also dafür, dass... Das kann ich nicht spielen kann ich nicht, also irgendwas möglicher machen. Okay, wir werden niemals einen Mangel an Ex-Nords haben, wie es aussieht. Wir werden nie einen Mangel an Ex-Nords haben. Dieses kleine weiße Zeug. Diese Rüben da. Und Boneboo... Ja genau, guckt mal alle nach eurem Hunger, bitte. Getting pretty hungry. Auf alt. Einstrich. Aufnahme läuft noch. Ja gut, dann. Boah, das Haus ist sehr schön geworden. Dann bin ich so frei und baue nochmal ein bisschen was um. Und zwar nur Öfen und sowas weg, weil das passt hier doch nicht hin. Waren wir ehrlich, das passt doch nicht. Waren wir ehrlich, das passt doch nicht. Wir passen, wir haben uns auseinandergelebt. Was? Ich dachte, das zwischen uns wäre was Besonderes. Das war es auch, solange du Geld hattest. So, dann fahre ich mal. Ich brauche meine Türe. Nicht lustig. Ich bin so frei und baue ein Lager. Ich weiß nicht, ich habe die Türe jetzt einfach mal hier verbaut. Ich weiß nicht, ich habe die Türe jetzt einfach mal hier verbaut. Ich finde es ganz gut, weil das war eh so, dass, ähm... Ja. Juh. Ich weiß nicht, ob das nachwächst. Das ist eigentlich ganz nett. Ich weiß nicht, ob das nachwächst. Das werden wir sehen. Mach nicht alles kaputt. Ich dachte, wir wollten doch diesen Planeten nix fahren. Ich dachte, wir wollten doch diesen Planeten nix fahren. Soweit ich weiß, wachsen sie nach. Und im schlimmsten Fall tun sie es nicht. Und dann haben wir da einfach mehr Bauraum. Ich meine, wir sind ja unterirdisch. Also wir verschwandeln uns ja nicht. Oh, komm mal hoch. Zieh dir mal das an. Zieh dir mal an, wie das wächst. Das ist ja so geil. Was ist so grün wie du? Hier sind die Bot-Boobs und da hinten, ähm... Ich weiß nicht, warum. Ich hab aus Versehen nicht rechts, äh, links geklickt. Aber Braun war seine Lieblingsfarbe. Nein. Jetzt. Ja, das merkt man auch. Du hast mir diesen Witz nie erzählen sollen. Ja. Eine kaputte Steinspitzhacke eignet sich eigentlich hervorragend als, ähm... Schaufel. Mhm. Wieder jedem Sinne. So, Moe, es klappt auch nicht hier. Klappt auch nicht, Mann. Dein Mikro ist ja furchtbar. Klappt auch nicht. Oh mein Gott. Mein Mikro klappt auch nicht. Mein Mikro klappt auch nicht. Von dem ich nichts weiß. Von dem ich nichts weiß. Dein Mikro ist asozial. Das muss man einfach... Das muss man einfach mal gesagt haben. Tut mir leid, aber... Es musste raus. Ich konnte es einfach nicht mehr zurückhalten. Das ist eine Intervention. Ich rege mich zu schnell auf. Das ist eine Tatsache. Wir müssen mal... Ich guck gerade mal, wie lange die Aufnahme schon läuft. Voll... Voll... Ey, wir sind schon wieder bei anderthalb Stunden. Das heißt... Wir hatten zwei Stunden... Wir sind jetzt bei Folge, warte. Saschen. Was? Brauche ich einen Taschenrechner? Also einen Saschenrechner. Warte mal. Zwei plus... Zwei ist... Oh mein Gott. Vier. Vier geteilt durch fünf. Das sind... Das sind 26 Folgen. Wenn mein Taschenrechner mich nicht belügt. Das erscheint mir zu viel. Das kann irgendwie nicht sein. Das sind die... Das sind die... Ne, ne. Rendern dauert ja trotzdem ewig. Ich weiß was, ich brauche mir einfach selber einen in den Hobbyraum hier unten. Den Hobbyraum. Ehrlich gesagt nein, tue ich nicht. Nein, nein, ich auch. Ich dachte, du weißt das. Ich habe doch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich meine... Ich habe doch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Oh, das war jetzt absichtlich. Das ist eine Redensart. Also ich... Keine ganz älteren... Oh, was hast du denn in der Hand? Ich, ich habe... Das kannst du machen. Achso. So sind sie. Ich habe ja nie darauf geachtet, wenn ich das in der Hand habe. Ja, ich meine... Wir bauen schon wieder so viel. Oberirdisch ein... Mäuschen. Wenn man es so nennen darf. Mäuschen. Ein Mäuschen, ja, ja. Mäuschen finde ich auch. Ein Mäuschen. War schlimmer bei uns. Oh, es wird schon wieder Tag, dass er es... Diese Musik ist so schön. Muss ich einfach immer wieder sagen. Oh, das ist ganz einfach. Du nimmst die Diamanten. Und ein bisschen Redstone. Ja, da siehst du das Problem. Der kommt bestimmt mit dem nächsten Patch. Ja, so. Wahrscheinlich nur vergessen. Kurz nach dem Update so. Leute! Verdammt, was mir gerade eingefallen ist. Vergesst den Quarry noch mit reinzumachen. Oh, stimmt, Alter. Stimmt. Oh, nein, na, scheiße. Ich kenne die Jungs. Ja, so war das bestimmt. Wer ist das nochmal? Ja, ja. Ja, ja. Ähm, Chucklefish. Das Spiel ist von Chucklefish. Keine Ahnung. Kennt man doch. Kennt man. Na, Chucklefish. Hallo. Gute Arte, Chucklefish. Gute Arte, Chucklefish. Mein Fool. Ich muss ja auf 10, nicht auf Alt drücken. Wie viel könnte ich mehr machen? 5. 5 machen wir doch gerade mal. Dumm, da. Wir brauchen, wir brauchen eine ganze Kiste. Waffeln, ja, ich habe auch noch wie viele im Inventar rumgerufen. Waffeln, ja, ich habe wie viele im Inventar rumgerufen. Waffeln. Waffeln, nein, Waffen. Waffen. Das ist... Why are you doing this? Du, das ist, weil mich dieses gefällt. Das ist... Du, das ist, weil mich dieses gefällt. Oho. Du bist ein Arsch. Ein Ar... Ein Arsch bist du. Ein Arsch. Habe ich mir noch gerade Treppen gemacht? Das finde ich... Ach, da sind sie doch. Ich bin wieder mal einer... Der Hellste von der Firma Dunkel. Das reicht ja perfekt. Tomaten sind ausgewachsen. Yay. Muss ich mir noch einen Kurs... Wolfkurs... Neue Woodplanks craften. Golfkurs? Ich muss mir nur Golfkurs... Ähm... Neue Krimping... Waff... 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 Was? 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 Meins, 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 meins. Was? Was, 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 was? Meins, 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 meins. Diese Möven. Woodplattforms. Woodplattforms war hier. Planforms. Planforms. Was, 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 was? So, das ist doch ganz schnucklig. Oh, warte. Dann ist Shagakane schon fertig vielleicht. Nein, jetzt ist... Ich bin völlig überfordert. Hier mit den... Den... Ach, das ist... Ach, wie cool. Da kriegt man... Da kriegt man Zucker raus. Ich dachte, da kriegt man irgendeine Frucht oder sowas raus. Nein, man bekommt da echt Zucker raus. Und die Bot... Meine Botbulbs sind fertig. Der Bulbas. Glaube ich. Nein, doch. Oh, schau. Ich hatte irgendwie gehofft, dass die größer sind. Die Feather Crowns sind aber noch nicht fertig. Ach, Mist. Ich vergesse immer... Ähm... Nach... Nach unten zu drücken und zu springen. Hä? Hab ich die Tomaten... Hey, hey, hey. Hab ich hier die Tomaten wieder angepflanzt? Zuckerrohr wird aber groß. Ich narre. Aber was ist das? Ja, Zuckerrohr wird richtig groß. Besonders... Die linke... Doch, das ist Zuckerrohr. Besonders die linke Form wird sehr groß. Hier, das sind die Tomaten. Das sind die Tomatensamen. Hier, das. So. Aber wir haben sogar schon einen Tomatensamen mehr bekommen. Das ist gut. Das ist gut. Ah, die sind ja ausgewachsen. Kann ich die gleich enden? Wie du alles immer gleich enden musst. So. Schwupp. Nicht enden, ernten, du Schwuppel. Ja, Schwuppel ist eine ernstzunehmende Beleidigung. Schlag's im Düden nach. Okay. Ja, im Düden. Aber ich hab im Düden auch Düden nicht gefunden. Aber ich hab im Düden auch Düden nicht gefunden. Ich frag mich, warum. Das ist voll seltsam. Und dass du es nicht gefunden hast. Ich hab da auch schon beim Kundensupport angerufen. So. Ich hab da auch schon beim Kunden vom Truden. Was? Was? Beim Kundensupport? Was? Dass die überhaupt einen Kundensupport haben. Dass sie das wagen. Die nehmen so Sachen auf wie. Das ist so eine Anmaßung. Hab ich denen dann auch gesagt? Sie haben gesagt, ja, sie wissen das, aber. Anscheinend müssen sie das machen. Hab ich ihnen natürlich nicht geglaubt. Und noch weiter gewettet. Ja, gut. Ja. Du bist, du bist dein Mann. So muss das einfach sein. Boah. Was machst du gerade? Boah. Ach, machst du auch nur neue, neue Tunnels? Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch einen Wohnraum. Oder so. Jo, nee. Wohnraum wird überwertet, was wir brauchen. Sind Tunnel. Ganz viele Tunnel. Ja, aber es ist ja sinnlos, wenn die Tunnel keinen Sinn haben. So ein bisschen. Nein, Tunnelsinn. Ja, ist ja Schwachsinn. Du bist doch doof. Boah, wo sind jetzt eigentlich meine Leitern hier wieder? Ach da. Ich, ich seh die nie. Furchtbar. Furchtbar mit mir heute. Da hast du eigentlich die Wand rausgerissen. So. Da. Welche Wand? Welche Wand? Äh, dem Raum. Ja, weil das wird ja, das wird ja ein Raum, das wird ja ein Raum und nicht einfach nur so wie die Felder, so ein bisschen Dreck. Das muss ja was Richtiges werden. Machen wir mal 100. Machen wir mal 200. Dann krieg ich 400 raus, das soll so irgendwo ein bisschen reichen. Wird knapp, aber. Ich finde es schön, dass man den im Spiel so schnell baut eigentlich. Das war's für dich. Geil, das siehst du mal. Das war's für dich. Sehr witzig. Was bedeutet eigentlich diese, ähm, irgendwie wird immer unten so eine Thermostat? Oh, das ist wenn du frierst. Oder Herbkern. Dann musst du in die Nähe von Fackeln oder Feuer. Oder dem Erdkern, aber das ist nicht zu empfehlen. So lange friere ich anscheinend die ganze Zeit. Ja. Echt? Ja, es ist gerade Nacht. Du frierst jetzt auch. Ja, es wird schon wieder Nacht. Blöde Tür? Sind das für Dinge? Neben dem Weizen? Oh. Ja. Neben dem Weizen? Warte. Das sind die Egg-Burbs, glaube ich. Äh, die Egg-Shots. Warte, ich muss nochmal ganz kurz ins, äh, ich geh jetzt mal ins Internet und guck einfach, wie das heißt. Das regt mich jetzt auf. Dass ich nie weiß, wie das heißt. Okay. Ja, das sind die Egg-Shots. Okay. Und ganz dufte Weil. Und ganz dufte Weil. Okay. Die füttern ganz gut. Ich weiß nicht genau, was mit dem... Man kann den Zucker schon mal nicht essen. Wo sind noch Egg-Shots? Ah, ich hab doch vorhin erst Egg-Shots geerntet. Wo sind die? Ähm, 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 ähm. Ich bau mir jetzt auf jeden Fall so ein kleines Häuschen. Oh. In die Erde, natürlich. Hier. Yeah, das... So, oh, die füttern, die füttern echt gut. Hier, guck mal. Nimm mal. Wer hab ich denn... Wer hab ich denn... Oh. So hungry. Jaja, es ist... So, ich hör im Hintergrund Emma. Ich mag die kleine. So. Na, perfekt 19 von den Dingern. Ach, du Schatz, die sind gut. Man braucht nämlich... Die sind richtig gut. Die sind so ein bisschen wie, ähm... Der Boneboo müsste auch reif sein, warte mal. Ähm, ich... Wir haben doch gesagt, wir lassen ihn noch. Aber wie nur... Hast du... Der war ausgewachsen, sonst könnte man nicht ernten. Ich hab mich da nochmal schlau gemacht. Wenn man's... Also, ich hab... Bei Gronkh haben sie es auch gesagt. Wenn... Wenn du es mit E abbauen kannst, Dann ist es fertig. Weil davor kannst du's nicht abbauen. Bist es so gut und pflanzt es grad mal an. Das ist schon wieder fertig. Eckshot. Ich glaub, wir müssen noch ein zweites Eckshot-Feld anlegen. Ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir ja richtig gut schon, wie das so ist. Ah, ich glaub, die Feather-Crowns sind fertig. Ja. Sehr schön. Hey, guck mal. Hey, guck mal. Feather-Crowns-Seeds-3. Gotti, bieh mir ab. Hey, guck mal. Hm? Ich bin drüben. Ich hab's jetzt nicht gesehen, ich war drüben. Was? Nein, nein, nein. Ach, hast du so'n Teleport-Ding gebaut? Aus dem Raum, den du da gemacht hast, der unfertig ist, weil er keine Wände hat, einfach mal raus-teleportiert. Ach so. Ach, du bist doch ein Schwein. Hä, wo sind jetzt die, 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 die... Was ist denn, nein, es sind die Früchte. Hier. Feather-Crown, you'll have to puck it before consuming. Sehr witzig. Wicken. Man muss es, ähm... Was tut man mit Hühnern? Nein, was... Hühner, wenn man die Federn wegtut, wie heißt das? Rupfen, man muss sie rupfen, man muss die, die... Feather-Crowns muss man rupfen, bevor man sie essen kann. Also ich muss sagen, ich hab hier ein ganz anderes Gang-Ende eingebaut, als du bei dem anderen Gang. Dem, den Eggshot. Bei dem anderen Gang? Hä, ja, warum hast du das so gemacht? Weiß nicht, ich dachte, wenn's da zu Ende ist, dann... Egal, das kann er ändern. Warte. ... brauchen wir keinen vollständigen Pfeiler, sondern so'ne Art Eggpfeiler. Nein, da braucht man einen vollständigen Pfeiler, weil's dahinter noch weitergehen kann, sobald wir das Ding erweitern. Zup, zup, zup. Ja, eines Tages werden uns die Felder ausgehen. Ich dachte, du tust da was dagegen, also wirklich, du machst... Nein. Hey, hey. Ich bin schon hier volle Kanne am Arbeiten. Was du da tust, ist, ähm... Arbeitskraft-Besbrauchung. Bitte was? Hi. Ja, das ist ein richtiges Wort. Ah, hi, war sie. Ich seh in den großflächigen Feldern. Zup, 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 zup. Ja. Ich bin jetzt untätig. Ja, ich. Und das Lager hab ich... Das Lager hab ich auch schon angefangen. Hast du... Warte, ich hab doch die Fackel, oder? Hä, wo ist die Fackel? Fackel, fackel, da ist die Fackel. So. Na, nein, was ist das jetzt? Ich finde nur immer noch die... Die Feather Crown Samen nicht in meinem Inventar. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Ich übersehe die bestimmt einfach nur. Ist noch ein Eggshot Samen? Ach genau, ich wollte kurz nachgucken, wie... Mein Vogel ist hier unten kalt. Oh, dann musst du... Wenn ich an der Fackel stehe, ich mach immer das Symbol. Was heißt denn Eggshot? Wenn ich an der Fackel stehe, ich mach immer das Symbol. Ja, das bedeutet, dass du dich dann aufwärmen musst. Ah, Eggshot... Ah, jetzt verstehe ich es. Heißt richtig, verschwenden. Eggshut. Ich müsste dann mal... ...essen gehen. Ich empfehle dir zu disconnecten, weil sonst verhungerst du. Wenn nicht, das doch mal. Oder später. Bis. Nachher vielleicht. Ja, so. Jupp. Jo. Ciao. Mal sehen. Ciao. Ciao. Ich raff ehrlich nicht, wo diese Samen sind. Die sind bestimmt direkt vor mir und ich sehe sie einfach nicht. Oder du hast sie eingesammelt. Hast du sie eingesammelt? Ne, lass mich mal gucken. Ähm... Ne, lass mich mal gucken. I like the yolk. Aber eigentlich dürfte es ja nichts erwarten. Warte mal. Wie sehen die aus? Die... Die yolk, ja. Die Eggshots sind, ähm, kleine rote Samen. Mit so blauen Dingern oben dran. Ich hab hier die Früchte, aber ich finde... Ich seh die Samen irgendwie nicht. Ich müsste sie ja eigentlich haben, aber ich seh sie nicht. Ja. Sicher? Sind sie klein oder füllen sie das ganze Feld aus? Herzförmige weiße Frucht mit grünem Blatt. Ja. Das ist es nicht. Das ist ein Eggshot. Shoot. Ja. Ich... Ich suche, ähm, Feather Crowns. Rote herzförmige Früchte mit blauen Blättern. Die ich beim besten Willen nicht in meinem Inventar finde. Leider auch nicht. Ja, okay. Ich hab'n Anvil gekraftet. So. Mit meiner eigenen Kraft. Ich hab'n Anvil. Sehr gut. Hö, hö, hö. Das ist ja so lustig. Was ist die... Hast du ne Kreissäge aufgebaut? Hi. Hallo? Hast du ne Kreissäge aufgebaut? Verarschen. Hallo? Hast du ne... Alter, fick dich. Das ist doch... Hey. Ich hab' noch eine. Keine Kreissägen in meinem Haus. Ich hasse dich. Warte, ich geb's dir da. Ich lager die ein. Ich lager die ein. Ja, warte. Ich kann aus dem Raum noch teleponieren. Hi. Ja, an der richtigen Stelle geht's noch. Hi. Ich musste übrigens angewöhnen, weicher auf die Tasten zu drücken, weil ich hab' gemerkt, man hört extrem das Klicken. So. Jetzt brauch' ich noch zwei Fackeln. Ich sollte anfangen, das Spiel mit dem Gamepad zu spielen oder so. Wieso kostet das so viel? Das Zeug. Von den Schematics. Was? Sag mich, warum's bei mir... Schematics. Wohin hieß, dass ich eins unlockt hab, aber... Oh, Wohin hieß, dass ich eins unlockt hab, aber... Ja, weil du eins angelockt haben wirst und das siehst du einfach noch nicht, oder? So, ich hab' keine anderen Kisten, oder? Ich hab' noch diese Hightech-Kiste. Aber die find' ich irgendwie doof. Was brauchst du für ne Kiste? Ach du brauchst ne... Das ist doch wunderschön, oder? Ja. Brauch'n Laufen. Einfach, dass hier was drin ist, weißt du, dass wir so... So... Die Bücher gehen ja irgendwie kaputt, oder? Zwei Books hab' ich wieder rausbekommen. Das ist ja blöd. Ach, die Dinger haben wir ja auch noch, stimmt. Stell' ich mal die Techno-Kiste doch hin. Obwohl, da sieht's ja dumm aus. Na. Ich hatte noch irgendwelche Deko. Sehr stürke geworden. Sehr stürke geworden. Ja, ja. Ähm... Hm, 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 hm. Das sieht doch gar nicht schlecht aus für so'n Lager. Naja, eigentlich schon, aber... Hey, immerhin... Ach, okay. Das da. Das, äh... Was? Das da. Das ist Deko. So, ich soll... Purposeless. Oh. Decorative object. So, in den... Jetzt. Hier reinkommt jetzt einfach mal 16 Slots. Hier kommen jetzt alle Waffen rein. Du bist eine Waffe. Achso, das kann ich auch... Nein, das kann ich nicht. Der Poop Hammer. Ich nehme an, du hast auch noch Waffen. Du kannst auch mal herkommen und das reintun. Hier ist ja noch ein Schild. Ich verstehe noch nicht ganz genau. Der Poop Arrow Guard. Und also die ganzen Schilde unterscheiden sich ja nicht von ihrem... in ihrer Blockfähigkeit, oder? Also eigentlich nicht. Ähm. Den sollte ich eigentlich benutzen. Hm. Diddiddiddim. Avian Spear Wreck. So. Jetzt müssen wir die ganzen Waffen los. Oh Gott, wir können niemals so viele Pflanzen essen, wie der reif werden. Wo hast du denn den Anvil? Da. Im Lager. Oder wie? Hä? Achso. So, weil ich hab mir nämlich ein... So eine Art Manufakturraum überlegt. Dann müsstest du die... Ist hier irgendwas. Ja, okay, da geht's nicht besonders weit. Wollen wir hier auch eine Mine anlegen? Weil ich find, eine Mine an sich wär ja nichts verkehrtes. Hier unten können wir ja noch... Wir können ja sonst was finden. Eigentlich schon. Dann würde ich sagen, wir können da noch mal so eine große... Fangen wir jetzt mal an, das Ding hier selber größer zu machen. Fangen wir jetzt mal an, das Ding hier selber größer zu machen. Weißt du, was ich mein? Weißt du, was ich mein? Nicht nur so ein Schacht halt ist. Ja. Meinst du, oder? Oh, mein Inventar sieht jetzt so leer aus. Ach ja, genau. Wo kommen die Waffen? Hast du deine Waffen... Wo kommen die Waffen? In die linke von den... In den linken von den Orbs. In beide Orbs. Ja gut. Dann sind die Orbs jetzt so gesehen unsere Waffen... Waffendinger. Unsere Waffendinger.